Jo Freunde, ich wollte mal so einen kleinen Strempf dabei noch ein Video schon machen, hier ein Monster. Was sich immer beim Strempf gönnen, natürlich ein leckeres Monster in grün. Lecker schmecker. So spritzig aktiv. Mit Knobli. Knoblauchöl. Mit Knoblauchsoße und Terumisu. Klasse, Hanute-Mais sind auch noch ein Nummer-Mons, das ist mein zweites-Mons, ich habe noch eins, ich trinke noch eins. So, jetzt kommt das wahre, Freunde. Pizza Margarita, Doppelkäse, Doppel-Mais. Ich wiederhole, Pizza Margarita, Doppelkäse, Doppel-Mais. Ich wiederhole, Pizza Margarita, Doppelkäse, Doppel-Mais. Geschnickt Knoblauchsoße mit Champignons Käse, Mais, Doppel-Käse, Mais. Also, lasst ihn bauen, Freunde, ihr wisst. Das ist so meine YouTube-Videos, habe ich noch nie gemacht. Boah, guck mal, wie fetten Omo, Digga. Lasst es bauen, Freunde, wieder schauen und reingehauen. Und Terumisu, genau. Ciao, ciao. Und streben gerne.